Bimsider haben es schön, wissen sie doch selbst am besten, wie es in ihr eigenes Unternehmen steht und vor allem bekommen sie zuerst die wichtigsten Informationen. Nicht so wie wir Normalanleger, die erstmal darauf warten müssen, bis die Quartalzahlen oder andere News rauskommen. Und richtig hellhörig kann man vor allem dann werden, wenn mehrere der größten CEOs da draußen gleichzeitig ihre Aktien verkaufen. So hat Tim Cook im Oktober 23 und April 24 70 Millionen Dollar an Aktien verkauft. Jamie Dimon, CEO von JP Morgan, im Februar und April 400 Millionen Dollar an Aktien. Mark Zuckerberg die letzten fünf Monate zusammen 2,2 Milliarden Dollar. Und Jeff Bezos nur im Februar sogar 8,5 Milliarden Dollar. Wissen die etwa was, was wir nicht wissen? Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie? Und damit erstmal, hallo Leute zusammen, mein Name ist Kevin O'Neill und wir gucken uns heute mal ein bisschen genauer diese Insider-Verkäufe an, was das überhaupt alles zu bedeuten hat. Und vor allem schauen wir heute mal auf den S&P 500, weil wir haben es glaube ich die letzten Tage gemerkt, letzte Woche Freitag und auch Montag vor allem, ging es ordentlich runter. Und wir haben dabei auch eine wichtige Marke durchbrochen, die gucken wir uns an. Auch eine Marke, auf die ich schon öfter mal hingewiesen habe. Und vor allem schauen wir mal, wie weit es jetzt runtergehen kann und was ich vor allem mache. Also, es gibt einige Themen, los geht's. In den letzten Monaten haben wir ja wirklich eine extreme Rally gesehen an den Märkten. Und das lag an der Notenbank in den USA. Die hat nämlich so letztes Jahr, im Oktober, November war das ungefähr, schon prognostiziert und auch vorhergesagt, dass es vermutlich Zinssenkungen geben wird. Und die Banken sind natürlich darauf aufgesprungen und auch der Markt allgemein. Und es wurde schnell mit 6 bis 7 Zinssenkungen im Jahre 2024, also im aktuellen Jahr, gerechnet. Gleichzeitig waren dann die Arbeitsmarktdaten, das Konsumentenklima und auch das Bruttoinlandsprodukt in den USA nicht nur im gelben, sondern wirklich auch im grünen Bereich. Und das hat eben die Monster Rally von fast 30% in 5 Monaten ausgelöst. Doch damit könnte jetzt eben erstmal Schluss sein, weil der Markt so langsam auch merkt, dass vielleicht gar keine oder nur wenige Zinssenkungen in diesem Jahr kommen. Und genau das könnten jetzt auch verschiedene Insider eben denken. Also grundsätzlich verkauft man ja sowieso seine Aktien, wenn man das Gefühl hat, dass der Aktienpreis deutlich höher ist als der Wert, der eigentlich dahinter steckt. Aber es gibt auch noch andere Gründe. Vielleicht könnten sie auch prognostizieren, dass eine Rezession kommt. Manchmal ist es aber auch gar nicht so relevant, wie zum Beispiel ein Hauskauf, eine Yacht oder sie wollen einfach nur die Steuern zahlen. Richtig spannend und das ist jetzt eben wieder passiert, wird es eben, wenn ganz viele CEOs gleichzeitig verkaufen oder eben verschiedene Insider. Und dafür habe ich hier ein ganz interessantes Barometer für euch. Da sieht man, in welchem Verhältnis CEOs, Executive oder Bot-Mitglieder gleichzeitig verkaufen. Hier gab es nochmal so einen richtigen Ausschlag und zwar am 5. März. Und das war der höchste Wert seit dem 12. November 2020 und auch dem 3. März 2021. Ich zeige euch aber auch, dass das manchmal nicht wirklich viel bedeuten muss. Also auch CEOs und auch verschiedene Insider liegen manchmal natürlich falsch. Und hier sehen wir am 12. November 2020, das war kurz nach dem Corona-Crash, da hat sich der Markt nicht nur erholt, sondern die Rallye hat da erstmal begonnen. Und auch im März, wo es dann die nächsten großen Verkäufe gab, da ging die Rallye immer noch weiter. Fairerweise muss man dazu sagen, keiner, wirklich keiner hat mit so einer Monster-Rallye gerechnet. Die Märkte gingen erstmal hoch und dann fing auch 2022 der Bärenmarkt an. Und hier sehen wir eben auch, wie schwierig wirklich dieses Market-Timing ist. Am 12. November wurde verkauft und selbst wenn man den perfekten Einstieg danach gefunden hat, das war ein Zeitraum von zwei Tagen, wo man wieder kaufen musste, um Plus-Minus-Null zu sein. Aber wenn man ganz ehrlich ist, woher soll man wissen, wo da der Boden ist? War er hier? War er da? War er hier? Oh, jetzt ging es hoch. Nee, es geht doch nochmal runter. Also es ist unglaublich schwer und man musste die Gewinne natürlich versteuern. Und da sieht man auch wieder, dass bei Entholt meistens doch die bessere Wahl ist. Aber das war ja jetzt nur die breite Masse an Insidern. Es gibt natürlich wichtige und unwichtigere Insider da draußen. Und die wirklich wichtigen, da habe ich jetzt mal die drei für mich wichtigsten mitgebracht. Und die gucken wir uns mal genauer an. Wie zum Beispiel Jamie Dimon. Das ist der CEO von der größten Bank der Welt, nämlich JP Morgan Chase. Und der hat zum ersten Mal seit seinen 18 Jahren bei JP Morgan Chase seine Aktien verkauft. Natürlich nicht alle, aber im Februar, das seht ihr hier, und im April im Wert von 400 Millionen Dollar. Das ist auch für ihn nicht so wirklich wenig. Das hat er gemacht wegen der Quartalzahlen. Die kam nämlich letzte Woche Freitag raus und die sahen erstmal richtig gut aus. Also die Quartalzahlen an sich müssen sich nicht verstecken. Das Wichtige ist eher der Ausblick. Der ist so okay. Aber für diesen Abverkauf von 10% hier ungefähr hat eine andere Aussage gesorgt, dass sie eben keine eigenen Aktien zurückkaufen werden, weil sie das eigene Unternehmen, also JP Morgan Chase, allzu teuer aktuell erachten. Und wenn man sowas vom CEO hört, dann sollte man nicht unbedingt hier jetzt in das fallende Messer greifen. Da würde ich noch ein bisschen länger warten, also mindestens bis 168 Dollar, wenn nicht sogar eher bei 150 Dollar erst wieder einsteigen. Aber ist natürlich auch eine interessante Aussage und zeigt auch so ein bisschen den Ausblick. Dann habe ich aber noch einen anderen wichtigen CEO und zwar den Zuckerberg. Der hat nämlich mehrere Tranchen verkauft und zwar im Zeitraum von November 23 bis jetzt April 24. Und das hat er gemacht, sobald die Aktie eben den Wert von 300 Dollar hatte. Die war nämlich ganz schön im Keller. Das seht ihr hier. Das war November 22. Da gab es Meter für unter 100 Dollar. Ja, wer von euch hat da zugeschlagen? Und jedenfalls hat er insgesamt hier 2,2 Milliarden an Aktien verkauft. Also auch wirklich eine richtige Menge. Aber jetzt ist ja mal interessant, wann hat er das letzte Mal so viele Aktien verkauft und was ist danach am Markt passiert? Und da können wir jetzt mal ein bisschen rauszoomen. Und hier sehen wir eben, da hat Mark Zuckerberg 2,8 Milliarden verkauft. Und das war der Zeitraum von November 2020 bis eben hin zum Juli 21. Und kurze Zeit später, so ein halbes Jahr, also das Top, das trifft man wirklich nie. Das weiß man einfach nicht. Und selbst wenn man richtig liegt, kann es noch lange dauern, bis der Markt irgendwann mal realisiert, was eigentlich wirklich Sache ist. Und hier hat es eben von Juli 21 bis Anfang 22 gedauert. Und dann krachte der Markt. Da ging der Bärenmarkt wirklich los. Und die Meter Aktie hat über zwei Drittel an Wert verloren. Das ist natürlich heftig gewesen. Und jetzt sind wir eben wieder in diesem oberen Bereich. Aber das war noch nicht alles. Ich habe natürlich noch eine wichtige Person mitgebracht. Und zwar Jeff Bezos. Der ist zwar nicht mehr CEO von Amazon, aber trotzdem sind seine Verkäufe immer sehr, sehr spannend. Er hat nämlich jetzt, also im Februar 2024, 8,5 Milliarden Dollar in Aktien verkauft. Und wenn ich jetzt mal rauszoome hier und gucke, wann er das letzte Mal Aktien verkauft hat, das macht er nämlich nicht so oft, dann war das hier Ende 2020 2,5 Milliarden. Dann nochmal Mitte 2021 6 Milliarden. Und dann nochmal im November 2021 4 Milliarden. Also 12,5 Milliarden hat er verkauft. Und was ist dann kurze Zeit später passiert? Der Markt und vor allem auch Amazon ist richtig runtergekracht. Das war auch wirklich gar nicht wenig. Das waren hier ganze 55 Prozent. Für so eine Aktie ist natürlich enorm. Also da hat man schon das Gefühl, dass Bezos und auch Zuckerberg schon manchmal ein bisschen vorher Bescheid weiß. Aber ihr seht hier auch, es kann wirklich dauern. Es kann noch ein halbes Jahr dauern. Es kann auch noch ein Jahr dauern. Oder manchmal passiert es auch sofort. Das ist immer schwierig vorherzusagen. Aber es gibt hier noch einen anderen Großen da draußen. Und zwar Warren Buffett, wenn nicht sogar der Größte da draußen. Und der hat wieder ganz schön viel Cash angesammelt. Der hat aktuell eine Cash-Position von 167 Milliarden Dollar. Das ist jedenfalls die Cash-Position von Ende Dezember. Die wird inzwischen wahrscheinlich wieder ein bisschen höher sein. Aber das letzte Mal, dass er so viel Cash angehäuft hat, war eben Anfang 2022. Und da hat er sich eben auf den nächsten Bärenmarkt vorbereitet. Und war dann ordentlich in Shopping-Laune. Weil ihr seht schon, da hat er ganze 30 bis 40 Milliarden mal eben investiert. Und das kann jetzt gut eben wieder passieren. Vielleicht haben die aber gar keine Panik, sondern wollen einfach nur ein bisschen Cash haben für ein paar andere Werte. Und da komme ich jetzt mal zum heutigen Sponsor, nämlich Timeless. Bei Timeless hat man jedenfalls die Möglichkeit, verschiedene alternative Assets zu kaufen. Und wenn man Werte für 100.000 Euro, wie den Porsche hier oder den Whisky hier kaufen möchte, ist das normalerweise nicht so ganz einfach, weil man einmal nicht die Informationen hat, wo es sowas gibt. Und vor allem, weil es auch verdammt teuer ist. Und ich habe jetzt die Möglichkeit, Anteile in Höhe von 50 Euro zu kaufen. Das kann ein Anteil sein, das können aber auch 20 Anteile davon sein. Und gerade wenn man sich mal die Rendite vom Kunstmarkt im Vergleich zum S&P 500 anschaut, sieht man, dass es auch ein lohnender, guter Ersatz zu Aktien sein kann. Und ich habe mir jetzt aktuell diese Rolex hier mal gespeichert, die Rolex Daytona Rev. Die wird am Mai gedroppt zum Droppreis von 125.000 Euro. Und der hat jetzt schon einen Wert von 135.000 Euro. Also da bin ich mal gespannt. Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, dann klickt einfach unten mal auf den Link in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr euch mal anmelden und das einfach ausprobieren. Und bekommt noch 10 Euro Startguthaben geschenkt. Kommen wir jetzt mal wieder zurück zum S&P 500. Und hier seht ihr schon, es ging eben diese 3 bis 4 Prozent runter. Im Endeffekt sind es immer mal gerade die Gewinne gewesen vom März. Also nicht ganz so tragisch. Aber wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist denn gerade jetzt passiert? Dann hat das wirklich die verschiedensten Gründe. Also einmal sowieso die geopolitische Lage da draußen. Und da muss ich mal sagen, ich bin kein Geopolitiker. Deswegen beschäftige ich mich damit jetzt weniger. Aber es hat natürlich Einfluss auf den Markt. Und deswegen muss das auch mal angesprochen werden. Also wir haben jetzt zum Beispiel den Angriff von Iran auf Israel gesehen. Die Antwort, nachdem die Botschaft angegriffen wurde. Dann gibt es aber auch noch die Konflikte im Gaza-Gebiet. Dann gibt es auch noch die Konflikte, beziehungsweise den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Und was hier in Deutschland weniger Beachtung findet, noch die Ausschreitung in Südamerika, speziell jetzt auch Venezuela. Aber es gibt natürlich noch andere Gründe, die auch manchmal ein bisschen banaler sind. Wie zum Beispiel der Tax Day, also der Steuertag in den USA. Da gibt es immer eine Deadline, wann die Steuern bezahlt werden müssen. Das ist jetzt am Mittwoch. Dafür brauchen viele Unternehmen und auch CEOs und auch Menschen ganz normal Geld. Deswegen zieht man das Geld manchmal auch aus den Aktienmärkten raus. Das ist am Mittwoch aber auch schon vorbei. Dann wurde ein wichtiges Signal an den Märkten ausgelöst. Nämlich die 50-Tage-Linie. Die gucken wir uns gleich mal genauer an. Und dann haben wir noch das alte Spiel, die Inflation. Das ist für mich persönlich, was die Märkte angeht, der größte Faktor, der irgendwie gar nicht so viel Beachtung findet, obwohl die Inflation nicht so einfach zu bekämpfen ist. Jerome Powell, der Notenbankchef der USA, hat immer wieder gesagt, das Ziel ist es, die Inflation auf 2% zu bekommen. Dann können wir die Zinsen senken. Deswegen habe ich auch in den letzten Videos gesagt, ich persönlich glaube nicht wirklich an Zinssenkung in diesem Jahr. Und das ist eben das, was der Markt ja einpreist die ganze Zeit. Aktuell ist die Inflation, die kam letzte Woche auch raus, die aktuellste, die liegt noch in den USA oder jetzt wieder bei 3,5%. Hat sich also wieder erhöht, ist angestiegen. Und das ist eben die falsche Richtung. Wir wollen hier 2% sehen und nicht 3, 4, 5%, was ja vielleicht wieder passieren kann. Den Abverkauf konnte man aber zusätzlich auch noch an zwei Sachen merken. Hier die Kerzen, das ist der Ölpreis. Der war mal zum Hoch bei 130 Dollar. Und jetzt ist er aktuell bei 85 Dollar ungefähr. Hier in Orange, da seht ihr den S&P 500. Und jedes Mal, wenn es in kurzer Zeit so einen richtigen Anstieg gab beim Öl, dann ging es mit dem S&P 500 auch runter, weil es natürlich auch die Inflation entfacht. Aber das hängt alles so ein bisschen miteinander natürlich zusammen. Das ist ein großer Kreislauf. Und hier seht ihr, hier gab es den Anstieg. Und dann hat das natürlich auch unter anderem den Bärenmarkt beim S&P 500 ausgelöst. Und das Tief war dann eben Oktober 2022. Dann kam es aber nochmal zum schnellen, unerwarteten Anstieg von Öl. Das war im Juli 2023 bis eben September, Oktober 2023 oder eher September, würde ich mal sagen. Und kurze Zeit später ging es dann auch eben mit dem S&P 500 hier runter. Und das Tief haben wir dann gesehen, als es auch wieder runter ging mit den Ölpreisen. Und jetzt haben wir eben genau das Gleiche. Es kommt zum rasanten, schnellen Anstieg, mit dem jetzt keiner wirklich gerechnet hätte. Und kurze Zeit später, ein, zwei Tage später, ging es mit dem S&P 500 jetzt eben runter. Jetzt bin ich selber mal gespannt, wie hoch es wirklich geht mit Ölpreisen. Und das andere ist auch der Bondmarkt. Also die Staatsanleihen in den USA, hier habe ich jetzt die 10-jährigen Staatsanleihen. Beim Hoch, das war im Oktober 2023, lagen die bei 5%. Und das ist eben auch diese absolute Sicherheit. Warum soll ich als älterer Mensch in Aktien investieren, wenn ich mit absoluter Sicherheit 5% jedes Jahr bekomme? Das kann man dann auch verstehen. Und aktuell ist es eben wieder so, dass wir bei 4,6% sind. Hätten jetzt auch nicht so viele gerechnet, dass das nochmal so hoch geht. Und viele verkaufen ja natürlich auch ihre Aktien. Das hat sich auch ein paar Monate schon so ein bisschen angebahnt. Und jetzt gab es eben diesen richtigen Ausbruch. Und das hat jetzt auch unter anderem für diesen Fall beim S&P 500 gesorgt. Aber was ist jetzt wirklich beim S&P 500 los? Den gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und ich habe ja schon vor längerer Zeit eigentlich diese Marke hier mal eingezeichnet. Das ist eine Aufwärtslinie gewesen. Da sind wir immer wieder abgeprallt. Und die haben wir jetzt durchbrochen. Nicht nur mal so ein kleiner Fehlausbruch, sondern wirklich. Und jetzt habe ich mal für euch hier so einen neuen Trendkanal eingezeichnet, wo wir uns jetzt gerade befinden und wo ich auch glaube, dass wir die noch ein bisschen länger beibehalten werden. Und noch wichtiger, und das ist jetzt eben das wichtige Signal, was ausgelöst wurde, ist die 50-Tage-Linie wurde durchbrochen. Und ihr seht hier wirklich diesen langen Aufwärtstrend. Und das sieht man auch selten an den Märkten, dass das so lange über der 50-Tage-Linie ist. Und die haben wir jetzt auch durchbrochen und sind auch darunter geschlossen. Das ist ein sehr negatives Signal. Das merken natürlich auch die großen Banken da draußen und haben einfach Computer, die dann automatisch verkaufen. Deswegen kann es erstmal so weitergehen. Aber wichtig ist ja jetzt die 50-Tage-Linie. Und dafür habe ich euch jetzt mal eine interessante Grafik mitgebracht. Hier im Blau sehen wir einfach den S&P 500. Und ihr seht hier die grünen Punkte, also Signale, die ausgelöst wurden, was jetzt auch wieder ausgelöst wurde. Und jedes Signal bedeutet, dass der S&P 500 100 Handelstage oder länger über der 50-Tage-Linie war und dann durchbrochen hat. Und das ist jetzt eben auch wieder passiert. Und interessant ist ja jetzt, wann geht es denn wieder hoch? Und in 14 von 16 Fällen war der S&P 500 drei Monate später schon wieder im positiven Bereich. Auch in meinen letzten Videos habe ich ja gesagt, dass so eine Korrektur hin und wieder mal ganz gut ist. Und eine Korrektur, davon spricht man am Aktienmarkt, wenn der Markt 10% oder mehr fällt. Ab 20% ist es erst ein Bärenmarkt. Und da habe ich noch eine wichtige Grafik für euch. Hier seht ihr die blauen Balken. Das ist die Rendite des S&P 500 in den letzten 44 Jahren, also seit 1980. Und die gelben Punkte, das ist der maximale Rückgang beim S&P 500. Hier sehen wir zum Beispiel minus 3,7% oder minus 33,9%. Und in 23 der letzten 44 Jahre gab es Korrekturen von 10%. Das ist also völlig normal, hier also alle zwei Jahre ungefähr. Wenn wir noch weiter in die Statistik zurückgucken, dann ist es durchschnittlich jedes Jahr. Deswegen kann man grundsätzlich sagen, alle ein bis zwei Jahre gibt es so eine Korrektur. Deswegen darf uns das keine Angst machen. Und in 13 von 23 Fällen war der S&P 500 am Jahresende wieder höher. Und das ist eben auch das Positive, was uns eben Hoffnung geben soll und was ich auch eher als Chance sehen würde. Also wir werden vermutlich jetzt in diesem Channel noch ein bisschen länger bleiben. Schließlich haben wir jetzt auch die 50-Tage-Linie durchbrochen. Es kann sein, es wird ja ganz schnell wieder hochgehen, aber ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Und wichtig ist jetzt eben diese 200-Tage-Linie. Daran orientieren wir uns öfter. Ihr seht schon, die wird immer mal wieder berührt. Das war hier 2020 so, das war 2022 so. Jetzt eben auch wieder. Und das wird auch früher oder später auf jeden Fall passieren. Und wenn wir mal gucken, wo eben diese 10% Korrektur genau wäre. Dann wäre die 10% Korrektur bei knapp 4.750 Punkten des S&P 500. Das kann sein, dass es jetzt hier ist. Ich glaube aber eher, dass wir ein bisschen im Channel bleiben. Und ungefähr hier in dem Bereich werden wir dann die 200-Tage-Linie mal antesten. Das ist so Mai 2024. Also gar nicht mehr so lange hin. Es kann natürlich auch sein, dass wir vorher mal durchbrechen. Wenn die Lage immer weiter eskaliert, dann kann es sogar sein, dass wir noch einen Bärenmarkt sehen. Glaube ich persönlich aber nicht. Ich glaube wirklich, dass es diese Korrektur ist und die ist auch wirklich ganz gesund. Deswegen werde ich das so machen. Ich habe hier schon zwei Linien eingezeichnet. Die obere Linie, das ist das ehemalige Hoch vom S&P 500 gewesen im Januar 2022. Und die untere Linie ist früher mal ein Widerstand gewesen und jetzt eine Unterstützung. Also diese zwei Unterstützungen, die nehme ich mir vor. Das heißt, ich würde hier in Trangen einkaufen, ungefähr bei 4.800 Punkten. Und dann nochmal ungefähr in diesem Bereich, also circa bei 4.600 Punkten. Das sind die beiden Marken, die ich mir ausgesucht habe. Deswegen würde ich das wirklich viel, viel mehr als Chance sehen und nicht etwas, vor dem man Angst haben muss. Weil wir haben wirklich noch Zeit am Markt. Und so eine Chancen, das sind wirklich Chancen, bekommt man denn eben einmal im Jahr oder alle zwei Jahre ungefähr. Jetzt direkt würde ich noch nicht nachkaufen. Das wäre mir ein bisschen früh. Und wenn wir wirklich diese 10% mal runterkommen, dann kaufe ich auf jeden Fall in Trangen nach. Dafür habe ich ein bisschen Geld an der Seite gepackt. Jetzt könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Waltet ihr auch so ungefähr auf die 10% ab? Oder kauft ihr jetzt schon nach? Oder habt ihr vor kurzem eure Aktien verkauft? Lasst es mich wissen. Und lasst vor allem auch gerne ein Like da. Das hilft dem Channel nämlich ordentlich beim Wachsen. Der wechselt in letzter Zeit auch ein bisschen mehr. Das freut mich natürlich. Und dann sehen wir uns bald wieder zu einem neuen Video. Da geht es dann vermutlich um Dividenden. Ganz was anderes. Macht's gut. Ciao. Ciao.